Hallo, mein Name ist Sven Tadje vom Möbelhaus Bus. Der Oscilo bedeutet für die Firma die sportliche Betätigung der Mitarbeiter, um fit zu bleiben. Und für uns Läufer bedeutet es ein jährliches Wiedersehen der kompletten Laufgemeinschaft hier in der Region. Die einmalige Stimmung, die Atmosphäre und die Aufmerksamkeit an der Strecke, im Ziel, im Team und in der Firma. Und für viele ist es auch der Ansporn, das ganze Jahr weiter zu trainieren und auch im nächsten Jahr wieder dabei zu sein. Wir sind seit 2018 offizieller Sponsor des Osciloops. Wir beteiligen uns zum einen finanziell am Osciloop und zum anderen stellen wir zu jeder einzelnen Etappe den Massagewagen zur Verfügung. Und im Durchschnitt laufen circa 20 bis 35 Teilnehmer von uns. Ein Drittel davon sind eigene Mitarbeiter und zwei Drittel davon sind Lauffreunde und Bekannte der Mitarbeiter.